Nur übers Internet? So. So, und jetzt sind wir, ne? Wo jetzt war's? Da. Immer die Straße weiter. Oh. Auto? Warum hier? Fangen die oft weg? Ja. Ständig. Aber wir können halt im Sommer nicht mehr fahren, ne? Also wieder arbeiten. Was war's? Wir vor allen Dingen. Wir vor allen Dingen. Ja. Ne, aber ich nicht gern. Wir können ja nichts zu essen bevor. So, du bist doch gar nicht da. Ja. Ja, weil... Vor meistens in der Sommerzeit war ich da. Also, wie viel als in der Sommerzeit war ich da? Und sonst war ich ja auch immer da, weil ich, äh... Ne? Weil ich in das verschiedene Sonne... Und wer arbeitet da noch? Ähm... Nur dein Papa? Ja, in Winkelweite. Und, in Winkelweite. Oh, Alter, das ist vielleicht auch schon so. Heute, äh... Das ist ja auch immer. Oh, das ist ja auch immer. Und dann, wir sind... Mit dem Sie von meinem Vater. Das ist ein Doppelacker. Äh, zahlen sich so, dass... Sie sieht jetzt nicht nur die, wie tall. Ja, glaub ich. Ja, glaub ich. Vor allem, wenn du vorne bist, ist es auch geiler. Nicht hinten, ne? Das ist ja auch immer so ein Doppel. Ja. 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 Kann ich was anderes hinpacken. So, hm... Stell ich mich so an. Ja... Weißt du, er bekommt ja nichts gegen den Kopf, wenn er bremst. Ja. Ja, ich bin ja echt. Ja. 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 Ja, ich... Ja. 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 Ja, ich kann mir nicht mal... Wie viel bezahlen wir sonst den Sprit? Die haben doch auch im All, die haben doch auch Energie zu befahren, die wir hier. Und er meint vier? Ja, bis halb ich vier, die haben durch zwei. Ja, aber mein, die Spritreise war noch wenig zu teurer. 1,15. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass die Sprit mehr befahren ist, als die durch die Wüste. Das noch mal. Ja, das noch mal. Ach schon. Ja. Ja, mehr als ein 60 cm. Die sind jetzt die Sprit. Ja, 20 cm, mehr als ein... ...und, also... ...und, also ne... ...und, ne... ...und... ...ne... ...keine Ahnung. Ja. Ach. Fah. Fah. Goll. Ich habe ja keine Wohnung mehr. Ähm, Mäuse hatte ich. Ja, wissen wir mal, sie haben Fäuse. Ja? Fäuse sind leider alle gestorben. Ja, ne? Das ist so bei der staatlichen... Ja. Aber die Klippina haben sowieso keine recht. Nein, ne, die haben schon voll lange. Also meine, ne, die Mäuse von unseren Harten, meine, echt die Lieblingsnäuse. Die sind vier geworden. Vier und halb sogar, der Kerl. Aber die kann man ja nicht raussetzen, oder? Oh, ich glaube, die sind falsch. Doch. Natürlich, die liefen bei mir immer. Ja, weil da musst du ja echt aufpassen, weil sonst bist du doch schluck, schluck unter irgendeinem Schrank oder irgendeinem Bett. Ne, die kommen ja wieder. Wirklich? Ja. Ja. Die waren voll echt und sehr süß. Ja. Hä, ist das unser Ding? Ja. 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 Das sieht geil aus, ne? Hm. Hm. Ja. Ja. Ja, aber hier kannst du genau dasselbe auch kaufen. Ja. 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 Ja, okay. Ja. 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 Ja, ja. 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 Wie viele sind das denn? Ansonsten gelten alle vier, ne? Ich kann ja noch leiden. Aber du kriegst eh noch 5 Dollar von mir. Ja, ja klar, du kriegst noch 5 Dollar. Ja, aber ich kriege ja gar nichts essen. Und so, wenn du es wegen dem... wegen dem... Was ist das, was du meinst? Wegen dem Dingern? Ach so, warte mal. Wer wird uns nachts zurück ins Ding spielen? Und schon mal wieder hin, lass mal.